Crystal, gib mir deinen Schutz! Halte meine Ängste im Schacht, als die bösen Tränen, als meine Mordensruhe. Halte meine Ängste im Schacht. Halte meine Ängste im Schacht. Halte meine Ängste im Schacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Gebiet hat funktioniert. Ein Monster ruhen, jetzt wirst du für eine Weile Frieden. Ja, das war's für eine Weile Frieden. Amen. 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 Marco, ich habe einen riesigen Käfer gesehen, als ich gelandet bin. Er interessiert mich sehr. Kann ich ihn kaufen? Mein Buttag steht nicht zum Verkauf. Ich reise mit ihm von einem Planeten zum anderen. Oh, du hast Besuch gehabt? Ich bin Mul. Erkunderin von der Patrouille. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ich bin Lily von den Blumen-Nymphen. Wow, meine Nymphen ist noch nie eine. Obwohl eure selbstgemachte Marmelade in der ganzen Galaxie bekannt ist. Ja, sie ist sehr lecker und die Zubereitung ist auch rein. Marco, hilfst du mir in der Küche? Du willst sehen, wie lecker sie ist. Das ist ein neues Rezept, Marmelade. Auf dich, auf dich. Ich bin immer so klein, dass man die Zubereitung hat. Egal, du kannst dich, wie lecker bist. Auf dich. 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 Vielen Dank. Das ist die beste Marmelade, die wir in einem kleinen Banken haben, die wir in einem kleinen Banken haben. Hey! Let's go. Haben wir die vier gelben Blumen? Nein! 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 Amen. 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 Komis. Maktirö... … myself? Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.